Hallo, hier ist die Naschkatze und ich nehme euch mit auf unseren 5-stündigen Pralinenkurs. Zuerst malen wir die Pralinenform mit Kakaobutterfarben an. Und dann bereiten wir schon mal die Namensaufleger vor, später für die Tafeln. Das sind die individuellen Teilnehmernamen. Dann können die Teilnehmer auch die Pralinenhöhlen gießen. Und ich halte nur mit fest, damit nichts schief geht. Dann bereiten wir unsere Vanille-Ganache zu, mit Vanilleschoten gezogene Sahne über die Schokolade schön verrühren und anschließend noch emulgieren, damit es wunderbar cremig wird. Da werden die Pralinen gefüllt mit unserem Himbeermandelnugat, den wir auch vor Ort zubereitet haben. Und hier gieße ich für die Teilnehmer die Schokoladen individuell nach Wunsch, die sie dann verzieren können, zum Beispiel mit diesen Stäbchen so Latte-artmäßig. Dann kommt der Name drauf und dann kann noch jeder nach Wunsch Krispies drauflegen. Da verschließe ich noch die Pralinen, damit sie dann fertig werden. Und das sind die Ergebnisse vom Pralinenkurs gestern. Ganz wunderbar individuelle Schokoladentafeln, jeder einzelne wunderhübsch. Und dann sind das unsere Pralinen, die wir gefertigt haben. Wunderschön und ein Unikat, jeder einzelne.